Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des allseits beliebten Q&A-Formats, bei dem ihr mir Fragen stellt und ich dann versuche, mehr oder weniger gute Antworten darauf zu finden. In diesem Fall gleich der Hinweis zu Beginn, es sind derart viele Fragen eingegangen, dass ich die ganze Sache in zwei Teile aufsplitten muss. Ich glaube, es sind insgesamt 50 Fragen. Also ich werde die ersten rund 25 jetzt beantworten und die nächsten 25 dann in einem Video in ein paar Tagen. Ansonsten wäre das schwerlich zu handeln. Aber natürlich an dieser Stelle auch noch einmal vielen Dank für die vielen Einsendungen und auch für die ganze Bandbreite an Fragen, die eingeschickt wurden. Also keine Zeit mehr verlieren. Wir fangen an mit der ersten Frage. Und die kommt von einem User, der sich Taktik-Ignorant nennt. Er fragt oder sie fragt, wäre Ralf Rangnick der passende Bundestrainer? Welche deutschen oder deutschsprachigen Trainer wären von denjenigen, die überhaupt verfügbar sind, sonst noch geeignet? Also wir fangen gleich mit den ganz harten Themen an. Bundestrainer nach Folge, nachdem ja Joachim Löw kürzlich bekannt gegeben hat, nach der Europameisterschaft sein Amt abzugeben. Und Ralf Rangnick hat sich ja auch etwas selbst ins Gespräch gebracht. Aus meiner Sicht auch ganz zu Recht, denn Rangnick wäre einer jener Trainer, der diesen Job aus meiner Sicht brillant ausfüllen könnte. Warum? Rangnick hat sich in den letzten Jahren oder mittlerweile fast Jahrzehnten als eine Art Manager des alten englischen Schlags etabliert. Heißt also, er kann einerseits die Mannschaft leiten, das normale Training auch übernehmen und da auch an sich als Person, als Persönlichkeit dann mit Leistungen glänzen. Aber gleichzeitig hat er auch diese Perspektive des Sportdirektoren ja mittlerweile auch inne. Das heißt, er könnte das kombinieren und wäre jemand, der gerade eben bei einer Nationalmannschaft dann da auch hoffentlich erfolgreich sein könnte, wenn er den Job übernimmt. Denn der Bundestrainerjob ist eben nicht nur dieses Geschäft von Tag zu Tag. Es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, einen größeren Stab zu handeln, aber gleichzeitig viel Scoutingarbeit auch zu betreiben. Viele Gespräche auch im Hintergrund zu führen und eben nicht nur auf dem Rasen und auf dem Trainingsplatz zu stehen. Das ist eigentlich die geringere Aufgabe eines Bundestrainer. Und da glaube ich eben, dass Rangnick aufgrund seiner Erfahrungen aus den letzten Jahren da auch dafür geeignet wäre, weil er dieser Manager ist, wie man beispielsweise Arsene Wenger dann genannt hat. So eine Persönlichkeit, die ein Hybrid ist aus Trainer und Sportdirektor. Also Rangnick wäre ein Kandidat, ein kompetenter Kandidat. Wer wäre noch jemand? Hansi Flick wird immer wieder diskutiert. Aus meiner Sicht auch jemand, der sehr gut passen könnte. Auch mit seiner Spielphilosophie würde er sehr gut zum deutschen Team passen. Ich glaube, das wäre auch gut implementierbar. Er kennt die Nationalmannschaft. Er war dabei. Er würde trotzdem neue Impulse reinbringen im Vergleich zu Joachim Löw. Also Hansi Flick wäre jemand. Und ansonsten fallen mir persönlich gar nicht so viele Kandidaten ein, wenn wir nur in die erste Kategorie schauen. Ich glaube, es gibt einige höhere Trainer, die irgendwann einmal für die Nationalmannschaft geeignet wären, aber die aktuell noch das Adrenalin des Tagesgeschäfts brauchen. Und deshalb würde ich die nicht unbedingt mit reinnehmen. Also, ich glaube, Rangnick, Flick, auch die beiden werden ja gehandelt. Und aus meiner Sicht sind die auch die kompetentesten und interessantesten Kandidaten auf den Bundestrainerposten. Mal sehen, wer es am Ende wird. Kommen wir damit zur nächsten Frage. Die stellt Flitzer Tom. Ich habe keine abschließende Meinung dazu, weil ich mir noch gar nicht sicher bin, wie die organisatorischen Abläufe und wie die ganze Ausgestaltung der EM aussehen wird. Es gibt ja auch die Diskussion jetzt. UEFA-Präsident Alexander Czferin hat sich zu Wort gemeldet und möchte nur Spiele in Stadien haben, wo auch Zuschauer erlaubt sind. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass eine Stadt wie München mit der Allianz Arena ausscheidet deshalb, weil die Stadt selbst sagt, wir lassen keine Zuschauer ins Stadion. Das verbieten wir oder auch der Freistaat Bayern dann in dem Fall. Also, es wird sehr interessant sein. Da werden auch viele interessante politische Machtspiele ausgefochten, bis dann die Europameisterschaft wirklich stattfindet. Die europäischen Metropolen, die ja Austragungsorte dieser EM sein sollen, haben alle die Infrastruktur, um auch kurzfristig dann Spiele abzuhalten. Da mache ich mir keine Sorgen. Es braucht ja nicht lange Bauphasen und dergleichen. Das ist gar nicht notwendig. Diese Städte wie München, aktuell ist ja Budapest der Hotspot, der auch Fußballite, aber London, Paris, Madrid, Milan und so weiter, Milano. Die können alle Spiele austragen von heute auf morgen mehr oder weniger. Die Stadien sind da. Was halte ich insgesamt davon? Ich glaube, die Idee an sich war nicht schlecht. Das ist das Jubiläum gewesen, wäre es gewesen 2020. Also, warum nicht da auch dann die EM etwas anders ausgestalten und sie zu einer mehr oder weniger ganz europäischen EM zu machen? Das waren ja elf, zwölf Länder angedacht gewesen. Also, die Idee fand ich persönlich nicht schlecht. Für die Fans vielleicht nicht unbedingt das Beste. Und man kann sich auch über andere Dinge streiten. Flugverkehr. Dass der natürlich nochmal mit gepusht wird, wenn so eine EM stattfindet und dann Fans von einem Ort zum nächsten auch reisen müssen, um ihre Mannschaft dann zu verfolgen. Gerade wenn es dann in die K.O.-Phasen geht. Aber ich fand die Idee nicht schlecht. Aber was daraus wird, da bin ich mir nicht sicher. Die Corona-Pandemie hat ja doch an der einen oder anderen Stelle auch den Fußballverbänden noch einmal die Maske vom Gesicht gerissen. Und das könnte bei der UEFA wieder einmal der Fall sein. Gerade wenn man dann doch die Austragungsorte dazu zwingen möchte, am Ende Zuschauer zuzulassen, wenn vielleicht noch gar nicht die pandemische Lage das zulässt. So gesehen bin ich mittlerweile etwas skeptisch. Andererseits, eine EM ohne Zuschauer wäre auch trostlos. Aber wir haben es ja bei der Champions League im vergangenen Jahr auch überlebt. Und so wie es aussieht, wird auch dieses Jahr die Champions League weitestgehend ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Also das ist diese neue Normalität, von der wir uns hoffentlich bald wieder trennen können. Nächste Frage kommt von Rekuja. Warum ist der Klub seit drei Jahren in der Krise? Als Klub-Fan habe ich keine wirkliche Antwort darauf, weil man objektiv gesehen einen recht jungen Kader hat. Ich habe wirklich Angst, dass es wieder so eine Relegation wie letztes Jahr gibt. Nur mit dem Unterschied, dass das Glück nicht auf unserer Seite sein wird. Also wenn sich jetzt ein paar wundern, Klub? Welcher Klub? Es gibt auch sehr viele Klubs. Er meint den Klub quasi mit G. Also 1. FC Nürnberg. Ich finde Nürnberg an sich einen interessanten Case, weil seit dem Bundesliga-Abstieg die Mannschaft aus meiner Sicht das Potenzial hat, um in der zweiten Bundesliga oben mitzuspielen. Aber dieses Potenzial nicht ausschöpft und, und das haben Partien in dieser Saison auch gezeigt, wenn die Mannschaft bei 100% performt, dann ist sie sehr stark. Gönnt sie sich die eine oder andere Pause während einer Partie, kann sie ein Spiel nicht managen. Das können Top-Teams meistens. Also man ist vielleicht in Führung oder man kontrolliert das Geschehen, schaltet mal zwei Gänge zurück, gerade wenn auch ein enger Spielplan ist, und geht dann wieder drauf, aber überlebt diese Phasen der Zurückhaltung, ohne jetzt einen Gegentur zu kassieren. Bei Nürnberg ist das anders. Wenn die mal zwei Gänge zurückschalten, brechen da alle Dämme. Heißt also, Nürnberg ist eine Mannschaft, die Spiele selten über 90 Minuten unter Kontrolle halten kann. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem dann, weil das braucht es. Eigentlich braucht es sich bei jedem Top-Team oder bei jedem Team, egal ob man nur im Abstiegskampf ist oder ganz oben mitspielt, aber als Mannschaft, die auch über das Spielerische kommen möchte, braucht es das auch. Also das heißt, mal Verschnaufpausen und mal den Gegner kurzzeitig kommen lassen, um dann wieder die Kontrolle herzustellen. Nürnberg kann das nicht. Nürnberg kann Partien, wie gesagt, nicht managen. Und das war aus meiner Sicht unter Keller genauso der Fall wie jetzt unter Klaus und auch unter Kanadi. Also schwierig. Und wenn es in die Relegation geht, bin ich auch gespannt. Könnte ja wieder FC Ingolstadt werden. Das wäre dann ein interessantes Duell. Und auch da kann man das Geschehen kontrollieren. Oder wird man bei Verschnaufpausen, die man sich in so einer Relegationspartie oder so Relegationspartien dann gönnt, gönnen muss, gerade nach einer langen Saison, nach einer Saison mit einem engen Spielplan, wird es dann dazu kommen, dass Nürnberg da ins Verderben stürzt. Kann sehr gut sein. Rein von dem, wie die Mannschaft spielt, auch von der taktischen Ausrichtung her. Klaus ist ja so ein bisschen jetzt mittlerweile auch zur Internet-Legende geworden mit seiner Pressekonferenz. Finde ich das alles gar nicht so schlecht. Was er damals erklärt hat im Übrigen, war fachlich gesehen nachvollziehbar. Und aus meiner Sicht auch hat Sinn ergeben einfach. Deshalb, dass manche auf ihn eingeschlagen haben, ist ein anderes Thema. Aber was er möchte auch, er hat ja zu dem Spiel damals erklärt, wie er dieses 4-2-2-2 dann auch ausspielen lassen möchte. Mit ballfernem Zehner, der einrückt. Also so auch ein bisschen dieses Leipziger-Salzburger-System in gewisser Weise. Aber mehr Ballkontrolle. Also aus meiner Sicht ergibt das vollkommen Sinn jetzt zuletzt. Aber auch mit Raute ähnlich gespielt. Auch da mit einrückenden Akteuren viel Zentrumskontrolle zu haben. Also auf dem Papier passt das alles, wie gesagt. Und auch Nürnberg. Jetzt zuletzt auch gegen Fürth beim Derby. Auch da phasenweise hat man die Ansätze gesehen, auch das Potenzial dieser Mannschaft. Dass man ein Spiel kontrollieren kann, einen Gegner kontrollieren kann. Nur auch da, in der Partie, ging es dann phasenweise wieder bergab. Schwierig. Woran das jetzt genau liegt, warum das sich drei Jahre hinzieht, keine Ahnung. Vielleicht muss man die ganze Mannschaft mal austauschen. Stadion abreißen, alles neu aufbauen. Ich weiß es nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Sam 97 fragt, wie wichtig wäre ein Salary Cap im Fußball und wäre er durchsetzbar? Die Frage kam jetzt zuletzt bei den Q&A-Videos immer mal. Und aus meiner Sicht habe ich damals schon das immer mal diskutiert. Also auch da gerne nochmal reinschauen. Ich glaube, und da gibt es verschiedene Meinungen, das ist auch ein juristisches Thema. Es gibt Juristen, die sagen, ja, das wäre möglich innerhalb der EU. Manche sagen, nein, es wäre nicht möglich unter den gerade auch EU-gesetzgeberischen Voraussetzungen. Für mich stellt sich auch dann die Frage, gäbe es eventuell Möglichkeiten, dann den Salary Cap zu umgehen. Im Übrigen die NFL, wer das verfolgt, ja, also bitte NFL schauen. Da gibt es aktuell auch Ansätze, den Salary Cap quasi zu umgehen. Signing Fees, so ein Thema dann. Heißt also auch da, Verträge neu zu strukturieren, so zu strukturieren, dass der Salary Cap dann nicht überschritten wird. Aber trotzdem kommen die Spieler zu ihrem Geld. Also ich glaube, das wäre wieder ein System, das dann nur dazu da wäre, dass es umgangen wird oder ausgetrickst wird. Also ein perfektes System würde es da nicht geben. Und aus meiner Sicht ist eben auch die Frage immer, wo setzt man den Salary Cap an? Der Salary Cap ist etabliert in US-Ligen, die auf einem anderen Fundament basieren. US-Ligen sind so, mehr oder weniger, korrigiert mich, aber aus meiner Sicht ist es so. Nehmen wir die NFL, die hat 32 Franchises verteilt über die USA, da hier und da ein paar Ballungsgebiete. Aber man versucht es schon etwas zu verteilen, sodass viele Metropolen abgegriffen sind. Außer man heißt St. Louis zum Beispiel. Dann hat man irgendwann vor kurzem dann mal in die Tonne geguckt. Aber an sich ist es so verteilt, es soll sehr gleichmäßig sein und es soll auch durch das Draft-System am Ende immer mal jemand nach oben kommen, jemand Neues nach oben kommen. So. Das heißt, es ist auf so eine Art Egalität aufgebaut. In Wettbewerben, wo immer mal jemand anderes nach oben kommt. Das heißt, wenn ich einen Salary Cap habe, der quasi, quasi identisch gleich hoch ist für alle, passt das ja. Aber in der Bundesliga zum Beispiel, wo setze ich den Salary Cap an? Setze ich ihn bei den Bayern an? Ja, dann was? Okay, den unterbieten alle anderen natürlich. Setze ich ihn bei Leverkusen an? Dann müssen Bayern, Dortmund, eventuell, er belebt sich auf alle Fälle, die müssen dann runtergehen. Okay, aber die anderen, Freiburg und Augsburg, die interessiert es wieder nicht. Setze ich den Salary Cap bei Freiburg an? Dann müssen sehr viele runtergehen. Aber es bleiben wieder Mannschaften zurück, die können dann eigentlich quasi aufstocken, haben aber gar nicht das Kapital dafür. Das ist ja auch ein Unterschied zu den NFL Franchises. Also die Besitzer der NFL Teams, nicht nur NFL Teams, auch MLB und so weiter, die haben das Geld. Die haben kein Problem damit, den Salary Cap auszufüllen. Die Besitzer sind zu reich. Das sind andere auch Besitzerstrukturen. Nur wenn ich den Salary Cap bei Freiburg ansetze für die Bundesliga, dann interessiert das Union Berlin. Nur geringfügig, die können sowieso den Salary Cap da nicht ausfüllen mit ihren finanziellen Möglichkeiten. Heißt also, wie mache ich das im Fußball? Ich glaube, dass der Salary Cap in anderen Systemen, geschlossenen Franchise-Systemen wie in den USA viel besser funktioniert. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Marvin Reinhardt fragt, natürlich hängt es immer vom Spielermaterial und der Situation, in der sich der Verein befindet, ab. Aber hast du eine präferierte Spielweise bzw. Formation oder anders formuliert, wenn du Trainer wärst, wodurch würde sich deine Mannschaft definieren? Ich schaue einfach mal darauf, wie ich meine FIFA-Mannschaften spielen lasse. Warum nicht? Da ist es meistens so, dass meine Mannschaften, also eines meiner Lieblingssysteme ist 4-3-3. Das ist ja auch das Lieblingssystem vieler. Ich finde es nicht schlecht, 4-3-3, auch mit einem falschen Neuner, offensiven Flügelspielern. Also das ist eines meiner Lieblingssysteme oder Lieblingsformationen. Und ansonsten sehr starkes Gegenpressing, sehr intensives Gegenpressing, sehr hohe Abwehrlinie, also insgesamt eine kompakte Formation. Und aber eben nicht so einen starken Ballbesitz fokussierten Ansatz, sondern mehr schnelle Pässe nach vorn, schnell auch die ersten Linien brechenden Pässe spielen. Das ist für mich wichtiger. Ich mag es eigentlich gar nicht, wenn hinten herum so viel gedattelt wird, sondern ich finde es sehr gut, wenn schnell durch die erste Linie hindurch gespielt wird, um auch ein gewisses Tempo reinzukriegen, um die andere Mannschaft zur Reaktion zu zwingen. Ja, und dann eben viel Gegenpressing. Aus meiner Sicht, es gibt dieses alte Sprichwort, Defensive gewinnt, Meisterschaften, Offensive gewinnt Spiele. Aus meiner Sicht stimmt das gar nicht unbedingt. Ich glaube, dass die Offensive Meisterschaften gewinnt, wenn eine gute Offensive, aus der resultiert meistens eine gute Defensive in Form von Gegenpressing, in Form von Dominanz, in Form von auch diesem quasi Ersticken des Gegners. Das heißt also, Offensive gewinnt meistens, meistens die Meisterschaften und Pokale. Das heißt, da wäre das so ein bisschen mein Ansatz. Vielleicht noch ein Aspekt auch, weil ich sage, linienbrechende Pässe. Ich bräuchte in meinem Kader so sechs Sechser, sieben Sechser, weil die alle platt wären nach ihrer Partie. Für mich auch ein wichtiger Aspekt, freilaufender Sechser. Ja, dass eben die Innenverteidiger nicht zu lange am Ball sind, dass nicht der Ball zu lange durch die hintere Reihe geht, zu viel Meter zurücklegt, ohne dass ein Ballkontakt stattfindet. Sondern die Sechser müssen sich sehr schnell freilaufen, die müssen freigelaufen sein, dann muss der Pass sofort durch die erste Pressinglinie des Gegners gehen und das darf nicht zu lange dauern. Also deshalb, das wäre so aus meiner Sicht dann so mein Ansatz, den ich auch bei FIFA verfolge und auch Spaß habe. Ich finde auch, temporeicher Fußball, Fußball, der in die Spitze geht, auch mit Ballverlusten, auch mit Gegenpressing-Aktionen, auch mit Intensität deiner Ballnähe, finde ich super. Am Ende ist Fußball Entertainment, also gerade Profifußball. Es geht nicht nur ums Gewinnen, natürlich klar auch, aber Gewinnen ist auch eine Form von Entertainment. Am Ende geht es auch darum, dass es unterhaltsam ist, genau wie alles andere unterhaltsam ist, genau wie TV-Übertragungen unterhaltsam sind, genau wie hoffentlich dieses YouTube-Format unterhaltsam ist. Genauso soll das Spiel auch unterhaltsam sein, dass sich vielleicht mal eine Mannschaft in dem Finale zur Trophäe mauert, ist okay. Aber in der Breite sollte es unterhaltsam sein und auch nur jene Ligen, die unterhaltsam Fußball bieten, auf dem jeweiligen Niveau in Relation dann gesehen zur Qualität der Kader und der gesamten Fußballnation, nur diese Ligen haben am Ende Erfolg. Also man schaue nur nach Frankreich, als in der Liga in jedem Spiel maximal ein, zwei Tore gefallen sind, das war auch nicht unbedingt ein Zuschauermagnet. Es geht am Ende auch darum, dass man insgesamt ein unterhaltsames Produkt abliefert und damit meine ich nicht irgendwelche Hochglanz-Kamera-Einstellungen, sondern vor allem erstmal das, was auf dem Rasen stattfindet und das ist entscheidend. Deshalb, ich bin für unterhaltsam Fußball und wenn der mit mehr Ballverlusten verbunden ist, ist es auch gut. Es kann nicht jede Mannschaft wie Manchester City spielen und es kann nicht jeder Trainer wie Pep Guardiola agieren, deswegen ist Pep Guardiola auch einer der besten Trainer der Welt. Kommen wir zur nächsten Frage. Frank fragt, wie siehst du die Entwicklung von Manchester United unter der Ägide von Ole Gunnar Solskjaer und seinem relativ jungen und unerfahrenen Trainerteam? Gute Frage, weil Manchester United ist ja so ein kontroverser Fall im internationalen Fußball. Also viel Geld, viel Renommee, aber sehr wenig Erfolg in den letzten Jahren. Dann klammern wir einmal die Europa-Liga aus und auch ansonsten ein bisschen kontrovers, weil man hat manchmal das Gefühl, dass United an jedem halbwegs guten Spieler, der irgendwie auf dem Markt ist, dann interessiert ist. Deshalb gibt es da so ein bisschen auch vielleicht eine Kontroverse, aber okay. Solskjaer selbst, ich glaube Solskjaer hat die Mannschaft stabilisiert. Ich glaube, mit ihm wird man langfristig unter den Top 4 in England sein. Aber wird man die Meisterschaften gewinnen? Da bin ich mir wiederum nicht so sicher. Liegt das nun an ihm selber? Ja, er spielt einen recht kontroorientierten Fußball. Er ist besser, wenn seine Mannschaft über Ballgewinne kommt, hinter auch eine hochstehende Linie gehen kann mit Tempo. Dann funktioniert das ganz gut. Aus dem Spielaufbau heraus funktioniert das eher nicht so gut. Liegt auch daran, da komme ich zum Thema Kader, Solskjaer hat keinen spielmachenden Sechser, hat eine relativ dünn besetzte Flügelabteilung. Also Rashford, ja, klar, auch Greenwood und so weiter. Also da gibt es schon Optionen, aber es ist recht dünn besetzt. Da muss irgendwie auch mal Pogba außen spielen und solche Sachen. Fernand, okay, guter Mann natürlich, auch ein wichtiger Schlüsselspieler. Es sieht so aus, im Sommer braucht man eventuell auch einen neuen Mittelstürmer, weil da gibt es ja die Gerüchte, Cabani zu Boca und Martial soll gehen und so weiter. Also da wird sich auch noch einiges tun. Und die Mannschaft ist nicht so dicht besetzt. Und gerade eben auf Schlüsselpositionen gibt es Nachholbedarf. Die Mannschaft hat weder die Innenverteidiger noch die Sechser, um ein Spiel von hinten heraus gut zu gestalten. Und das ist ein Riesenproblem. Was kommt noch hinzu, oder vielleicht interessant, auch ein Nebenaspekt, den ich noch erwähnen wollte. Interessanterweise, wenn wir auch über Außenverteidiger sprechen. Aus meiner Sicht, Wan-Bissaka ist besser als sein Ruf. Also der hat mehr spielmachende Elemente auf der rechten Seite, als man ihm manchmal zugesteht. Ganz interessant. Aber das ist noch ein Nebenaspekt. Der kann es auch nicht rumreißen, auf keinen Fall. So stark spielt er auch nicht auf bei United. Insgesamt also eine Mannschaft, der es einfach an Spiel machen fehlt. Ein einziger auf der 10 reicht nicht. Aber Rashford ist mehr einer, der im Konter noch mal stärker ist als im Ballbesitz. Heißt also, Solskjaer bei allen Fehlern, die er eventuell begeht, muss ja auch mit dem arbeiten, was er hat. Und es gibt hier auch immer wieder auch die Reports dann aus dem inneren Kreis von United, dass hier auch Solskjaer den einen oder anderen Neuzugang fordert. Auch vielleicht mit dem Gedanken, dass man etwas dominanter sein muss. Für ein Top-Team ist United nicht dominant genug. Und deshalb sage ich, er kann die stabilisieren oder in den Top-4. Aber kann er City angreifen oder vielleicht auch ein wiedergelesenes Liverpool oder vielleicht ein nochmals erstarktes Chelsea? Eher nicht. Tuchel ist aus meiner Sicht, Tuchel und Chelsea, die sind in gewisser Weise die Antithese zu United. Eine sehr ballbesitzstarke Mannschaft, die versucht, das systematisch, methodisch dann in der Offensive alles zu bewerkstelligen, während United versucht, über Tempo zu kommen und hinter die Linie zu kontern und Sprints anzuziehen. Also das wäre so aus meiner Sicht. Die Einschätzung zu Solskjaer kann sehr gut sein, dass er noch im Amt bleibt, weil er eben schon auch bis auf ein paar Ausrutscher, natürlich, die gab es die Saison auch. Man erinnert sich ja noch zurück. Ansonsten macht er aber nicht so viele gravierende Fehler zumindest und hat natürlich auch einen gewissen Status in United. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt in diesem Fall von Flying Squirrel. Bist du der Meinung, dass die Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien der Bevölkerung genutzt haben? Das war, glaube ich, auch nochmal anknüpfend an mein Video zur WM in Katar. Auch da gerne nochmal der Hinweis, schaut rein. Da habe ich nochmal die ganze Chronologie zu Katar und allem, was dazugehört zu dieser Weltmeisterschaft, der Vergabe der Weltmeisterschaft, der Organisation der Weltmeisterschaft 2022, aufgetröselt. Ist ein bisschen ein trockenes Thema, aber schaut gerne mal rein. Nein, das war mir auch wichtig, das nochmal zu diskutieren. Haben die Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien der Bevölkerung genutzt? Da habe ich jetzt keine Kenntnisse von vor Ort direkt, wobei bei Brasilien etwas schon. Und ich sage mal nein. Allerdings bringt mich das zu einem eher zentralen Thema. Welche Weltmeisterschaft nutzt der Bevölkerung? Klar, es werden schöne Sportstätten hingestellt, wobei selbst da, im Fall von Brasilien, vergammeln einige. Aber es ist dann, diese Sportstätten nutzen erstmal, wenn überhaupt, den Vereinen, dann vielleicht deren Fans. Aber wenn ich Bevölkerung lese, dann glaube ich an die breite Bevölkerung. Hier helfen wirklich solche Weltmeisterschaften der breiten Bevölkerung, eventuell durch einzelne Infrastrukturprojekte, Autobahnen etc. Aber auch da, darüber lässt sich auch diskutieren. Also insgesamt, die breite Bevölkerung hat aus meiner Sicht sehr selten einen entscheidenden Vorteil durch die Austragung eines großen Turniers. Auf die einzelnen Vereine betrachtet, ja, das kann nutzen. Da hat auch, das war auch in Deutschland so, sowohl die 74er WM als auch die 2006er WM haben den Verein genutzt. Es wurden neue Stadien hingestellt. Davon profitieren einige Vereine auch noch teilweise Jahrzehnte später. Man schaue nach Dortmund, auch RB Leipzig. Also, das kann schon ein Nutzen sein für die Vereine und deren Fans und auch die Wettbewerbsfähigkeit der Vereine. Aber wenn es dann um die breite Bevölkerung geht und auch vielleicht die Bevölkerung, die nichts mit Fußball oder einer anderen Sportart oder überhaupt Profisport, olympischen Sport, am Hut hat, dann sage ich mal, nein. Das gilt für Brasilien und Südafrika genau wie für viele, viele andere Gastgeberländer. Kommen wir zur nächsten Frage von Rainer Berg, der im Übrigen auch Mitglied dieses Kanals ist. Da nochmal der Hinweis zum Thema Mitgliedschaften und wie ihr diesen Kanal unterstützen könnt. Der Link dazu findet sich in der Videobeschreibung. Er schreibt etwas über Rotri und Kimmich und warum die so gute Spieler sind. Also, es ist keine konkrete Frage, aber es geht einfach darum, Rotri oder Kimmich oder beide und warum die so gute Sechser sind. Und ja, vielleicht ganz kurz meine Einschätzung zu beiden. Ich glaube, was die auszeichnet, ist das Timing bei Vorstößen. Wenn wir über die Sechserposition heute sprechen im modernen Fußball, dann geht es auch vor allem darum, dass der Sechser, gerade wenn es ein Solosechser ist, gerade so ein Rotri-Sechser, ein Solosechser hinter zwei etwas kreativeren Spielern. Aber selbst wenn es um Kimmich geht, auch noch Doppelsechs, dann geht es oftmals darum, wie time ich meine Vorstöße, wie gehe ich in die offensiven Zonen, wo gehe ich hin, aber auch wann gehe ich rein. Und das können beide sehr gut. Es gibt viele andere Sechser im europäischen Fußball, im Weltfußball, die das auch ganz gut können und die sich ja auch gewisse Dinge abschauen. Aber bei denen vielleicht das Timing nicht ganz so stimmt oder bei denen das Timing stimmt, aber vielleicht die technischen Qualitäten zum Beispiel nicht ganz so. Bei Rotri und bei Kimmich ist es so, dass beide perfekt können. Sie wissen ganz genau, wann sie Vorstößen müssen. Sie erkennen auch die Zonen, in die sie gehen müssen. Sie erkennen auch die Momente, in denen sie ihr eigenes Team balancieren müssen. Und zugleich haben beide eine sehr hohe Ballsicherheit in nahezu allen Zonen. Das heißt eben nicht nur im Sechserraum oder auch weiter hinten noch bei den Innenverteidigern, wo wenig Druck herrscht, sondern auch weiter vorn. Kimmich noch etwas mehr als Rotri, aber Rotri ist da sehr stark, ein sehr ballsicherer Spieler. Und das ist auch entscheidend für beide, dass sie ebenso erfolgreich sein können. Kimmich aus meiner Sicht, wenn es um die Unterschiede zwischen beiden geht, Rotri bringt etwas mehr Physis mit, im konkreten 1-G-1. Und Kimmich bringt etwas mehr Verrücktheit, Kreativität mit, dann auch hin ins letzte Drittel. Und das zeichnet ihn auch aus. Also das wäre so der vielleicht nochmal Unterschied zwischen beiden. Und ich bin ein Fan von beiden. Und bei Rotri, ja, er spielt jetzt bei City, aber hätte mich auch nicht gestört, wenn er noch ein bisschen in Spanien geblieben wäre. Nächste Frage kommt von Cano Stars. Schafft Arminia Bielefeld den Klassenhalt? Ui, jetzt kommen die ganz schweren Fragen. Ich hatte ja auch schon einmal in dieser Saison ein Video zu Bielefeld gemacht. Und da habe ich relativ positiv oder recht positiv über Bielefeld gesprochen. Das war noch unter den Eindrücken des Saisonstarts. Den hat Bielefeld sehr gut bestritten. In gewisser Weise profitiert man ja auch von den Punkten, die man damals gesammelt hat. Also meine etwas grobe Einschätzung. Ich sehe Bielefeld auf Augenhöhe mit Köln. Und einer von beiden wird direkt runtergehen. Ich wage nämlich mal die kühne Vorhersage, dass Schalke absteigt. Wow, ich weiß. Aber gehen wir mal davon aus, dass Schalke absteigt. Dann kann es sehr gut sein, dass Köln oder Bielefeld oder Mainz, einer von denen auch runtergeht direkt. Und dann der andere in die Relegation. Es gibt jetzt auch bald dann nach der Länderspielhause die Partie zwischen Bielefeld und Mainz. Ein ganz wichtiges, wichtiges 6-Punkte-Spiel. Aus meiner Sicht, das größte Problem für Bielefeld ist ja nicht mal so, dass sie komplett offensiv impotent sind. Das stimmt ja nicht mal. Aber sicherlich. Also es gab auch Partien, in denen sie, was den eigenen Ballbesitz betraf, was den offensiven Output betraf, gar nichts auf die Kette bekommen haben. Überhaupt nichts. Und das tut einfach weh am Ende. Das tut sehr weh. Und das hat auch was mit Spielerqualität zu tun. Ich bin ein riesen Fan von Dohan zum Beispiel. Aber einer, zwei machen es dann eben auch nicht. Insgesamt der Mannschaft fehlt es etwas an Qualität. Also man schwimmt da auch gegen diese Widerstände an. Köln hat mehr individuelle Qualität, obwohl ich da nicht mal die Unterschiede so riesig sehe. Bielefeld steht aus meiner Sicht oder kann aus meiner Sicht als Einheit etwas besser funktionieren. Ich glaube, es kommt auch noch eine Frage zum FC. Da werde ich jetzt nochmal diskutieren, was da die Probleme sind. Also es ist ein Duell auf Augenhöhe und am Ende ist es ein Punkt Abstand momentan. Und wer weiß, wie es ausgehen wird. Es hängt auch ein bisschen mit Spielglück und dergleichen zusammen. Und kann ich jetzt sehr, sehr schwer vorhersagen, wer es am Ende wird. Müsste ich tippen, würde ich sagen, Bielefeld geht in die Relegation. Und dann geht es darum, wer der Gegner wird der Relegation. Fürth zum Beispiel ist, was die individuelle Qualität betrifft, mindestens auf Augenhöhe mit Bielefeld. Wenn nicht sogar leicht überlegen. Also ein Spiel gegen Fürth könnte eine ganz bittere Angelegenheit werden. Ohne jetzt hier zu viel Negativität in Richtung der Arminen verbreiten zu wollen. Oder in Richtung der FC-Fans. Aber gut, was soll ich tun? Sind alle im Abstiegskampf. Also so gesehen, das wäre meine Einschätzung. Und ja, was ich im Video damals zu Bielefeld besprochen habe. Ich stehe dazu. Das war damals auch korrekt. Hat sich alles ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst. Da ist dann recht wenig davon noch sichtbar. Gerade auch von dieser offensiven Präsenz. Ist in einigen Partien gar nichts mehr sichtbar gewesen. Gut. Nächste Frage. Klumanda fragt, wer gewinnt die Champions League? Welche Teams haben die besten Chancen? Ich bin da mal Populist und sage, City und Bayern haben die besten Chancen, die Champions League zu gewinnen. Und sie sind die beiden besten Mannschaften momentan in Europa. Mein Tipp vor der Saison. Als ich von der BBC gefragt wurde, ob ich in einem Expertenpanel quasi meine Tipps zur Champions League abgeben könnte. Da habe ich gesagt, Real Madrid. Bin mir nicht sicher, ob dieser Tipp so aufgeht. Allerdings, ich möchte Real auch noch nicht komplett abschreiben. Die sind weiterhin für mich so eine Art Dark Horse. So der hässliche Gewinner dieser Champions League mehr oder weniger. Aber die Favoriten sind eindeutig Bayern und Manchester City. Also dabei bleibe ich auch. Das ist auch nicht überraschend. Das ist nicht überraschend, sondern das ist am Ende ein Tipp, mit dem sich, glaube ich, jeder anfreunden kann. Aus meiner Sicht hat auch City leicht die Nase vorn gegenüber den Bayern. Allerdings, die Bayern sind vielleicht noch etwas erfolgsstabiler in Topspielen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wenn dann diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, treffen sollten. Wer sich dann durchsetzen könnte, müsste. Angenommen, City setzt sich jetzt gegen Dortmund durch und Bayern setzt sich gegen PSG durch. Aber auch da, also das ist ein Stolperstein für Bayern. Eindeutig. PSG ist ein riesiger Stolperstein. Aber das wäre so mein Tipp für die Königsklasse des europäischen Fußballs. Nächste Frage kommt von JK oder GK. Denkst du, dass Bayern Verstärkung für die Rechtsverteidigerposition braucht? Oder sollte man auf Benjamin Pavard bauen? Und sollte man im zentralen Mittelfeld eher auf junge Talente, zum Beispiel Torben Rhein oder Thiago Dantasch, hinter Leon Goretzka und Joshua Kimmich setzen? Oder einen Spieler der Kategorie Eduardo Camavingar, Florian Neuhaus, holen? Das sind jetzt viele Namen, die ihr gefallen sind. Einige Französisch, einer auch im Portugies dabei. Also sehr international hier alles geprägt. Also genau, sehr viele Namen. Sollte man noch einen neuen Rechtsverteidiger holen? Das stelle ich auch so ein bisschen darauf ab, dass Saar nicht so richtig dann gezündet hat. Ja, sehe ich auch so. Bin mir nicht sicher, ob man da noch einen neuen Rechtsverteidiger holen sollte. Ich würde es mit Pavard versuchen. Und vor allem auf ihn setzen. Süle hat sich ja auch schon bewiesen auf der Position. Es gibt andere Innenverteidiger, die spielen können. Ypamecano und Hernandez. So, also da gibt es Optionen. Deshalb, ja, schwierig zu beantworten. Omar Richards wurde für die linke Seite geholt. Also man ist sicherlich bei den Bayern schon daran interessiert, auch noch einen oder einen Backup zu haben. Ich glaube, man kann es auch mit Saar versuchen. Der wäre aber wirklich Backup. Nichts anderes als Backup. Keine Option, den irgendwie dann in die Startelf zu hieven, wenn andere fit sind. Und der andere Teil der Frage war, und sollte man im zentralen Mittelfeld, ja, zentrales Mittelfeld, wegen Vantage und Torben Rhein. Also Rhein, bei aller Liebe, hat nicht unbedingt das Niveau, aus meiner Sicht, um da langfristig bei den Bayern eine große Rolle zu spielen. Ich glaube, es wird nicht unbedingt was werden. Kann sich sicherlich hier und da mal beweisen, aber glaube ich nicht. Eventuell müsste man nochmal nachlegen. Geht ja dann auch die Personalien Tolisso und Marc Rocker. Also so gesehen wäre es vielleicht eine Möglichkeit, ob es Kammer Wingard ist oder Neuhaus. Ja, einer dieser beiden könnte es sein. Vielleicht auch Darmtasch, dass der ja noch ein bisschen mehr Einsatz hat, das man bekommt und man ihn nochmal testet. In der Innenverteidigung versucht man es ja wahrscheinlich dann nächstes Jahr auch nochmal so. Um da noch, also hat er einen jüngeren vierten Mann, könnte vielleicht im zentralen Mittelfeld auch so agieren, dass man einen jüngeren vierten Mann hat und den versucht nachher aufzubauen. Ich sehe einfach, weil Tolisso aktuell verletzt ist, nicht so die Zukunft. Und Marc Rocker wird wahrscheinlich bei den Bayern nicht alt. Ja, sollte Neuhaus auf dem Markt sein, könnte man sich mit ihm beschäftigen. Allerdings geht es natürlich auch darum, wie viel Einsatzzeit kann man ihm bieten. Ist er dann der dritte Mann? Gibt es eine Rotation zwischen Kimmich, Goretzka und Neuhaus? Okay. Nimmt man eventuell dann vielleicht wieder zu viele Minuten Darmtasch weg, der dann vielleicht doch mehr Minuten bekommen sollte, um sich erwartet zu entwickeln? Das ist jetzt aus kaderplanerischer Sicht das große Problem. Also die Bayern haben nicht viele Baustellen. Das ist interessant. Also sie können sagen, ja, wir investieren 35, 40 Millionen für einen Sechser. Das wäre machbar. Auf alle Fälle. Ansonsten, ich kenne jetzt nicht so viele Baustellen, klar. Die rechtsverteidiger Position, aber da würde man ja auf eine Backup-Variante dann setzen, aus meiner Sicht. Und im offensiven Mittelfeld gibt es jetzt nicht viel Nachholbedarf. Was ist mit der Stürmerposition? Eventuell da. Aber ansonsten, auch da redet man über einen Backup erst einmal. Es sei denn, man macht etwas ganz Verrücktes, wie Erling Holler oder so. Aber ansonsten, da wenig zu tun. Also das ist relativ schwierig. Jetzt eiere ich ein bisschen rum, aber das wäre meine Überlegung erstmal zu den Bayern. Ich glaube, dass sich die Startelf vor der Viererkette der Bayern, da hinten drin gibt es einen kleinen Umbruch, aber vor der Viererkette der Bayern wird sich die Startelf in der nächsten Saison nicht verändern. Worum auch. Die sind ja gut genug. Kommen wir zur nächsten Frage. Die stellt Alexander. Wieso läuft es unter Idin Terzic für den BVB jetzt besser? Und hat sich der BVB wirklich verbessert? Wenn ja, wo? Das ist eine sehr offene Frage. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sich der BVB unter Terzic wirklich verbessert hat. Es ist ein Auf und Ab. Und das wird aus meiner Sicht auch so weitergehen. Heißt also, eine Verbesserung per se sehe ich nicht. Sein Spielsystem ist etwas darauf ausgerichtet, Erlinger-Horland in Szene zu setzen, ihn in die Sprints zu bringen, ihn in die Spitze und hinter die Abwehr zu schicken. Das ist auf alle Fälle ein zentrales Element des ganzen Spielsystems. Ansonsten auch viel Umschaltfußball. Auch da, es fehlt, ich habe vorhin bei Neunberg ein bisschen darüber gesprochen, dass man sich schwer tut, das Spiel zu managen. Hier auf dem höheren Niveau, auch der BVB, tut es sich sehr schwer, ein Spiel zu managen. Sevilla ist so ein Spiel, das man sich anschauen kann, das Rückspiel. Köln jetzt zuletzt, also da gibt es einiges an Anschauungsmaterial, was man sich reinziehen kann, um zu sehen, wie der BVB Spiele nicht managen kann, also nicht aus einem sehr kontrollierten Ballbesitz heraus ein Spiel gestalten kann. Und das hat auch Terzic nicht verändert. Die Dortmunder tun sich weiter schwer, auch einfach Ballkontrolle ganz hinten zu haben, weil sie sind sehr pressing-anfällig. Da gibt es sicherlich auch die eine oder andere personelle Situation, die nicht unbedingt zu unterschätzen ist. Also Guerrero, auch Brandt zeigt wenig, Reina hat einen Durchhänger. Das tut auch nicht unbedingt der Mannschaft so gut, aber in Gänze fehlt es dem Team an Ballsicherheit. Der Terzic hat versucht, das zu kompensieren mit jemandem wie Delaney, der sich etwas vorgetan hat, auch Dahoud. Aber insgesamt als ganzes Konstrukt fehlt es da. Bestes Beispiel natürlich auch Mounier. Und da hat der neue Trainer, der Interimstrainer ja fast schon, nicht so diese Lösung gefunden einfach. Und deswegen sage ich, spielt der BVB insgesamt besser unter Terzic? Hm. Hm. Würde ich eher verneinen. Etwas stabiler vielleicht, als dann ganz zum Schluss unter Lucien Favre. Aber auch nur... Hm. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Totrubbel fragt, wann setzt sich der DFB dafür ein, mehr Fußballkäfige in deutschen Großstädten zu errichten? In den Niederlanden gibt es ja die sogenannten Cruyff-Courts. Wenn man 1-gegen-1-Spieler haben möchte, würde es sich lohnen, da zu investieren. Siehe Memphis Depay oder Osman Dembélé. Bin ich voll dafür. Ich hätte mir schon als Kind gewünscht, dass es mehr solche Käfige gibt. Obwohl, ja, ich habe ja auch aufs Fußballspielen gelernt, mehr oder weniger in so eine Art Bolzplatzkäfig. Wenigstens ging der Ball nie raus. Zumindest zur einen Seite. Egal. Da stand nur ein Käfig auf der anderen Seite. Whatever. Nein, aber ich hätte mir das auch schon gewünscht, dass es mehr solche Käfige gibt. Und auch in den Großstädten. Jetzt wäre es cool, wenn es mehr solche Sachen geben würde. Auch wie in London gibt es die zum Teil... Ich finde auch die Kulturkern-School in solchen Käfig-Fußball. Und klar, also es ist dann so Straßenfußball eben im 21. Jahrhundert, weil die Großstädte sind so zugebaut und man kann nicht mehr den klassischen Straßenfußball spielen. Das heißt einfach irgendwie der Nachbarschaft rumbolzen. Das geht vielleicht noch auf dem Land. Aber in den Großstädten zum Teil sehr schwierig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, hier irgendwie vor der Tür könnte keiner einfach so auf der Straße Fußball spielen. Da stehen einfach viel zu viele Autos. Und das ist viel zu befahren. Und da wird er wahrscheinlich direkt in den Nachbarn anrufen bei der Polizei. Nein, also solche Sachen wären aus meiner Sicht cool. Von der Kultur her ja auch ein bisschen wie die Basketball-Courts hier auch. Und ja, Deutschland hatte noch nie so die große Zahl an Eins-gegen-eins-Spielern, an diesen Dribbelern. Sondern Deutschland war immer eine Passnation. Also eine Nation des Passspiels. Und ich glaube, das muss auch sich nicht unbedingt ändern. Also es heißt nicht, dass jetzt Deutschland plötzlich zu Frankreich werden muss. Ja, Frankreich hat viel mehr Eins-gegen-eins-Spieler. Aber warum nicht so ein bisschen da dran zu schrauben und zu sagen, wir brauchen ein paar mehr Straßenfußballer, die da das Spielen lernen und die dann von den Jugendakademien dann mit 14, 15, 16 den nächsten Schliff bekommen. Und auch so, es wird auch insgesamt so gut. Und mal abgesehen, dass von der Ausbildung der Elite-Spieler geht es auch darum, einfach, dass Fußball weiter etabliert bleibt. Auch in den Großstädten. Dass es Möglichkeiten gibt, auch zu bolzen, ohne dass man jetzt direkt sich bei einem Verein anmelden muss. Immer nur in diesen auch sehr, oder etwas restriktiveren Strukturen des normalen Club-Trainings, Vereinstrainings und der Vereins-Liga-Strukturen. Warum nicht einfach mehr Möglichkeiten zu geben, einfach so zu spielen. Das wäre schon wichtig, weil gerade in Großstädten, also gerade so Berlin, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch in anderen Städten, in denen ich jetzt noch nicht zu lange war, aber in Düsseldorf oder so, dass es da nicht anders aussieht, sondern dass es da eben sehr wenig Möglichkeiten gibt, im Stadtkern direkt einfach mal so ein bisschen zu kicken. Und das wäre dann eben eher möglich. Jo, deshalb bin ich voll dafür. Nächste Frage kommt von Mostiui. Mostiui. Als Fan des BVB interessiert mich vor allem folgendes Thema. Die taktische Ausrichtung des BVB unter Rose. Welches System bietet sich mit dem vorhandenen Kader an? Welche Spielertypen sollten noch verpflichtet werden? Welche Spieler könnten durch Rose aufblühen? Ja, jetzt kommt meine These zu Rose. Ich glaube nicht, dass der BVB sein Gesicht, sein Spielstil so verändern wird. Rose ist auch keiner, der jetzt im Ballbesitz unbedingt brilliert, sondern auch eher einer, der vor allem sehr stark ist im Umschalten, oder seine Mannschaft ist im starken Umschalten, viel Tempo. Das heißt also, die Spieler, die aktuell schon brillieren beim BVB, werden auch unter ihm dann zum Zuge kommen, aus meiner Sicht. Da ist also Spieler wie Guerrero, Emre Can, Darut, Erling Haaland, falls er noch da ist, Reiner, wenn er mal wieder auf dem Dampfer ist, Hazard, die werden also alle auch zur Geltung kommen können. Braucht es einen Spieler oder einen Spielertypen, der vielleicht noch nicht vorhanden ist? Ich sehe ja, also das Interessante ist ja beim BVB, der Kader ist relativ breit, ich sehe jetzt gar nicht diesen einen Spielertypen, der nicht vorhanden ist. Wir vergessen vielleicht gerade, Axel Witzel ist noch da, vielleicht wenn er gehen sollte oder seine Karriere jetzt ausklingen lässt, sich nicht so richtig davon erholt, vielleicht braucht man da nochmal einen wie ihn, einen anderen Defensivanker, der sich von Delaney unterscheidet, kann sein, jemand neben der Hut, eventuell braucht man da noch jemanden. Rose hat ja doch auch viel Gefallen daran gefunden, mit Zakaria zu spielen als Sechser und auch als Mittelmann der Dreierkette, bei Salzburg gab es auch den einen oder anderen, also Haidara war ein bisschen offensiver auf der Achterposition, Samaseku, das heißt also, da vielleicht so einen Sechser noch zu haben, wäre was, aber so grundsätzlich glaube ich, der BVB-Kader ist ja breit. Also, es fehlt jetzt nicht an den Spielertypen, sondern es fehlt etwas daran, dass, vielleicht fehlt es auch an den Spielertypen, es ist sehr, sehr schwer zu beantworten aus meiner Sicht. Ich sehe einfach nicht diesen riesen Paradigmenwechsel unter Marco Rose, sondern ich glaube, er wird versuchen, auch von dem, was wir jetzt aus Gladbach oder Salzburg kennen, wird er versuchen, das, was da ist und auch die Spielphilosophie, die da ist, etwas zu nehmen und dann die Mannschaft auf ein höheres Level zu heben, aber es wird keinen Paradigmenwechsel geben. Dortmund wird nicht plötzlich komplett anders spielen, sondern im besten Fall für den BVB verbessert, aber immer noch sehr ähnlich wie jetzt, was zumindest die taktische, spielerische Ausrichtung betrifft. So würde ich das einschätzen. Ansonsten sehe ich jetzt auch nicht die krassen Verpflichtungen beim BVB im Sommer. Sowieso nicht. Gut, nächste Frage von Tobit kommt und er fragt, Max Meyer ist zurück in der Bundesliga. Traust du ihm nochmal das höchste Niveau zu? Und wenn ja, eher auf der 10 oder eher auf der 6? Max. Max Meyer, interessanter Fall. Es war jetzt sogar so, dass Fans bei Crystal Palace nicht der Bosz darüber waren, aber schon auch verwundert, dass Meyer eigentlich nicht eine größere Rolle gespielt hat, dann in dieser Mannschaft. Und ist insofern ein interessanter Fall, weil er hat sich ja bei Schalke dann auch als Sechser etabliert, hat da auch auf sich aufmerksam gemacht, bevor er dann ins Ausland gegangen ist. Und ich sehe ihn auch auf der 6er Position recht stark. Ihm fehlt aus meiner Sicht für die 10 etwas die Dynamik, vielleicht diese Endgeschwindigkeit, auch so diesen letzten Killer Instinkt, wenn es um die Schnittstellenpässe geht. Er ist ein ballsicherer Spieler, etwas weiter hinten, kann Hut verteilen, antizipiert ganz gut, wenn es darum geht, auch mal reinzugehen, eine Balleroberung zu haben, also Interception. Das heißt, ich sehe Meyer vor allem auf der 6. Allerdings, da ist ja das Problem beim FC jetzt, das Spiel oder die Formation ist recht weiträumig. Es gibt sowieso nicht immer den 10er hier und da schon, aber ich würde ihn nicht unbedingt als 10er hinter Duda einsetzen wollen. Auf der 6 kann er aufspielen. Allerdings, wenn das Spiel so weiträumig ist, ist er auch nicht so dafür geeignet, sondern er ist eigentlich besser für dieses kleinteiligere Spiel prädestiniert. Heißt, wie kommt er dann zurecht, wenn eine Mannschaft eben viele Verlagungsbälle spielt, wenn es in die Breite geht, wenn er viel Raum covern muss? Kommt er damit zurecht? Ich bin mir noch nicht so sicher, deshalb weiß ich auch nicht, ob er beim 1. FC Köln so gut aufgehoben ist, weil ich seine Stärken woanders sehe. Und deshalb bin ich mal gespannt, wird er nochmal so an die Spitze zurückkehren? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da muss auch immer die Entwicklung sehen. Und natürlich kann sich jemand erholen und jemand kann auch mal so einen zweiten Frühling erleben, aber jetzt, dass er dann so an der Nationalmannschaft kratzt, die an der Tür der DFB-Auswahl klopft, das glaube ich einfach nicht. Trotzdem guter Spieler. Aber so Karriere-Management ist auch eine Rolle oder auch ein Thema, das man nicht unterschätzen sollte. Kommen wir zur nächsten Frage von Johannes Buchholz. Was muss Markus Gisdol verändern, um das Offensivspiel des FC zu beleben? Gibt der Kader überhaupt sinnvolle Alternativen zur bisherigen Marschroute her? Stichwort Stürmerproblem. Perfekt abgestimmt diese Fragen. Gibt der Kader mehr her? Was muss Gisdol tun? Gisdol ist ein Pressing-Trainer. Das zeigt ja, ich glaube, dass die Mannschaft teilweise im Pressing nicht, sagen wir mal, kohärent genug agiert. Im Problem, dass sich aber auch schon unter Bayer-Lorzer zum Teil bemerkbar gemacht hat. Jetzt unter Gisdol auch. Trotzdem, Gisdol ist ein Pressing-Trainer. Da kommt ihr Pressing. Ballerober und Konter. Das ist Gisdol-Fußball und das wird auch Gisdol-Fußball bleiben. Das Stürmerproblem ist da. Dann spielen eben Duda und Drexler auf der Doppelneun. Oder Duda spielt ganz vorn, weil wer soll es sonst machen? Also da kann er relativ wenig tun, außer sich solche Varianten auszudenken. Deshalb, ich glaube, ich glaube auch nicht mal, dass die Kölner jetzt unbedingt per se nur ein Offensivproblem haben. Es ist einfach so, dass sie in vielen Partien, sie erzählen ja auch Tore. Jetzt, wenn ich mir die letzten Partien anschaue, ist es ja nicht so, dass sie ständig ohne Tor bleiben. Aber sie erlauben sich dann hier und da den einen oder anderen Fehler. Sie stehen hier und da mal in einer oder anderen Situation nicht kompakt. Die Innenverteidiger lassen sich gerne mal rausziehen, weil sie recht mannorientiert agieren. Hier und da lässt sich mal ein Außenverteidiger überrumpeln, weil er sich rausziehen lässt. Also solche Fehler sind ein Problem. Es wird da nicht richtig abgesichert auch. Das kommt alles zusammen. Dann fällt das eine oder andere Gegentor und dann ist Köln wieder im Verzug. Und klar, offensiv können sie es selten mit der Pressstange. Das ist ein Riesenproblem. Deshalb wird das auch noch ein hartes Stück Arbeit im Abstiegskampf. Was kann er sonst noch tun? Löst es mit Duda. Und ein Treckslice auch. Kann er machen. Jetzt kommt ein kleiner, wie soll ich sagen, eine kleine Hypothese zum Stürmerproblem. Ich würde ja gerne mal Jonas Hector auf der Neuen sehen. Gutes Bewegungsspiel. Würde er ja nicht der abwartende Neuner sein a la Sturmspitze nur vorne im Strafraum, sondern gutes Bewegungsspiel. Kann sich aus meiner Sicht ganz gut freilaufen zwischen den Linien. Kann auch dann zum Abschluss kommen. Das hat die körperlichen Voraussetzungen. Würde mich interessieren, ob Hector das könnte. Jetzt nicht nur mal ein paar Minuten, sondern mal wirklich über eine längere Phase weg. Das wäre so meine Hypothese, die ich jetzt einfach mal aufstelle. Keine Ahnung. Ansonsten muss es ihm Duda machen. Der arme Mann. Und muss ich da versuchen, da irgendwie durchzusetzen. Aber viele Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich da momentan nicht. Nicht unter Gistul. Ich schaue immer darauf, was der Trainer kann, was der Trainer macht. Und die Historie des Trainers. Da ist Gistul einer, der sich vor allem als Pressing-Trainer auszeichnet. Nächste Frage kommt von Peter Vincent oder Vincent. Ich gehe mal von Vincent aus. Mein Eindruck ist, dass das spielerische Niveau in der Champions League-Spitze abgenommen hat. Bayern, Real, Barca, Juve und Atleti halte ich für schwächer als zu ihren Peak-Zeiten in den 2010er Jahren. Auf der anderen Seite sind Pool, City und PSG stärker geworden. Welche Mannschaften siehst du in diesem Jahrzehnt in der Spitze? Und wie schätzt du deren Stil und Qualität im Vergleich zu den 2010ern ein? Gute Frage. Auch wieder so eine Hypothese oder eine hypothetische Frage. Wer weiß, was in den 5-6 Jahren ist. Wer weiß, wer da an der Spitze ist. Liverpool verabschiedet sich jetzt zunächst erstmal etwas aus der Spitze. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Die können auch wieder zurückkommen. Bayern wird auf alle Fälle in der Spitze dabei sein. Wenn sie mal ein Durchhänger-Jahr haben, werden sie in der Spitze dabei sein. Sie wird schon sehr gut. Sie sind auf vielen Positionen gut besetzt. Auch für die Zukunft. Sie starten schon wieder den nächsten Umbruch in der Defensive. Wenn ich in die nächsten Jahre hineinschaue, müssen sie an sich nur eine Aufgabe bewältigen. Lewandowski ersetzen. Musiala wird für Müller irgendwann einspringen oder wird da ihn ersetzen. Selbst wenn da mal eine Position vakant sein sollte, haben die Bayern immer Möglichkeiten, da mal eine nachzulegen. Einfach mal 61 Millionen Euro Neuzugang zu verpflichten. Lewandowski ist die einzige Herausforderung, weil der wird im nächsten Sommer, also 2022 wird er 34. Das heißt also natürlich, selbst bei so einem Modellathleten wird es dann irgendwann auch mal schwieriger, was das Alter betrifft. Selbst wenn man sieht, dass Cristiano Ronaldo langsam alt wird, dann fühlt man sich ja selber alt, wenn man sich überlegt, dass man quasi mit dem aufgewachsen ist, wie er da bei Manchester United vorgesorgt hat. Okay. Und dann mal Real natürlich über die vielen Jahre weg. Das ist also nicht zu unterschätzen. Aber ich spreche davon. Lewandowski wird im Sommer 2022, im August dann 34. In dem Sommer könnte die Ausstiegsklausel von Erling Haaland zum Beispiel gezogen werden. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Nein, aber die Bahnen müssen dann nur diese eine Position ersetzen. Das ist schwierig genug, aber es ist machbar. Und deswegen sage ich, die Bahnen sind auf alle Fälle in der Spitze dabei. Real Madrid wird in der Spitze dabei sein, trotz aller Probleme. Real Madrid hat ein besseres Fundament als Barca momentan. Barca hat eventuell das Glück, wieder eine goldene Generation oder zumindest ein Generation, Generationschen zu haben, was auch schon mal sehr hilfreich sein kann. Die Transferpolitik von Barca ist immer so ein bisschen fragwürdig deshalb. Aber Real sollte dabei sein. PSG sollte dabei sein. Aufgrund der finanziellen Ressourcen, die so schnell nicht abtrocknen, veröden werden. Das wäre also noch ein Verein bei den Engländern. City wird dabei sein, auch aufgrund der finanziellen Ressourcen und weil Guardiola anscheinend doch längeres Engagement da zeigen möchte und eben nicht jetzt nach drei, vier Jahren dann sagt und tschüss. Und ansonsten, ich halte auch die Italiener, würde ich nicht unterschätzen. Ja, die Juventus-Ära ist vorbei. Ja, Juventus wird den Scudetto nicht noch einmal gewinnen. Die Ära ist nach neun Jahren beendet. International zeigt man sich nicht mehr so stark. Aber beispielsweise Milan könnte in dieser Ära, in diesem Jahrzehnt, wieder in die Spitze vorstoßen. Nicht, weil man die finanziellen Ressourcen hat, die haben die Italiener sowieso nicht. Aber man hat das Scouting und das Scouting ist in Italien mit das Beste durch ganz Europa hinweg. Jetzt Milan mit jemandem wie Geoffrey Moncada, Top Head of Scouting, was auch immer seine offizielle Bezeichnung ist, aber er kümmert sich um das Scouting-Recruitment. Also das ist ein wichtiger Mann. Deshalb, dass, sage ich mal, Milan, Juventus, Internationale, die können auch mit oben dabei sein, weil sie einfach die besten Spieler zum Teil finden. Nicht, weil sie jetzt die Superstars kaufen. Aber gelegentlich geht es auch nur darum, die beste Kala-Zusammenstellung zu haben und darauf dann aufzubauen. Und deshalb würde ich ja mal Milan, Juventus, Internationale als wenigstens eines dieser Teams mit aufzählen und sozusagen, dass wenigstens eine Top-Mannschaft aus der Serie A mit ganz oben auch in diesem Jahrzehnt dabei sein wird. Wenn nicht sogar mehr. Das wäre so mein Außenseiter-Tipp, wenn man so möchte. Gut, kommen wir dann zur nächsten Frage. Die kommt in diesem Fall von Stefan T. Warum bekommt Yosufa Moukoko so wenig Einsatzzeit? Seine Leistungen schienen doch immer gut zu sein. Und vielleicht noch eine zweite Frage. Ist Matteo Mourey stärker geworden oder hat er keine Konkurrenz auf seiner Position? Gut, weil ganz kurz gestockt, weil Mourey ist ja nicht unbedingt jetzt gesetzt. Also Meunier ist immer noch da. Die beiden duellieren sich quasi um die Position. Ich glaube, dass Mourey schon auch gute Leistungen gezeigt hat. Hier und da noch nicht ganz so sicher wirkt im Ballbesitzspiel, aber man sieht das Potenzial, das bei ihm vorhanden ist. Und die rechtsverteidiger Position ist ja nun mal eine schwierige insgesamt im deutschen, europäischen Fußball, weil es nicht so viele Optionen gibt. Deshalb sage ich Mourey, man sollte mir auch noch auf ihn bauen. Mourey hat ganz klare Limits und ganz klare Grenzen. Taktische Natur, was die Agilität betrifft, was die Technik betrifft. Also deshalb Mourey sollte zumindest da noch mehr aufgebaut werden als Mann für die rechte Seite. Moukoko habe ich mir auch gefragt. Ein Erklärungsansatz kann sein, dass er nicht unbedingt der Ballsicherste ist, also gerne mal den Ball her schenkt und das dann eventuell gegen ihn spricht. Er ist ja ein bisschen wild teilweise noch, wenn er dann ins letzte Drittel geht, versucht er dann das Abspiel zu finden. Übrigens, Holland auch so. Ja, Holland ist genauso einer, der dann relativ schnell dann versucht, wenn er dann ins Stripling geht, dann auch den Nebenspieler neben Mann mitzunehmen, den Pass zu spielen, durch die Lücke hindurch und da auch oft hängen bleibt. Also im Sprint selber ist er ja stärker als in der Passverlagerung ganz vorn. Moukoko auch, der nimmt man manchmal den Ball nicht richtig mit und solche Dinge passieren dann. Dann kann also sein, dass das vielleicht etwas gegen ihn spricht. Dass dann jemand wie Julian Brandt dann auf der Zehnerposition zum Teil gespielt hat, spricht er auch nochmal dafür. Also welchen Spielertyp auch Terzic da vielleicht haben möchte. Moukoko ganz vorn ist eben immer die Frage, er ist nicht so der Größte und das war ja dann doch auch bei der Personalwahl zuletzt, auch wenn Holland mal nicht da drauf war auf der Neuen oder ausgewechselt wurde, dann kam eben ein größerer Ersatzstürmer und eben nicht Moukoko. Und das ist dann vielleicht auch nochmal so der Fingerzeig darauf, dass Moukoko noch so auch seine Position finden muss beim BVB. Und das war aus meiner Sicht, darüber habe ich schon gesprochen, vor der Saison, aus meiner Sicht ein großes Problem für Moukoko wird sein, wo spielt er dann zukünftig in der Bundesliga. Weil er eben nicht so der groß gewachsene Spieler ist, ist er dann mehr ein Mann für die hängende Spitze, ist er mehr ein Mann für die zweite Welle, ist er mehr ein Mann für den Flügel. Und aber da ist er vielleicht manchmal etwas zu ballunsicher. Ist er ein Mann für die Zehnerposition? Schwierig. Ich glaube, er wäre gut aufgehoben als zweite Spitze, der so ein bisschen an Schattenstürmer agiert. Die Position gibt es aber im BVB nur bedingt. Marco Reus darf die ausfüllen zum Teil, aber zum Teil auch Marco Reus ist jemand, der sich die Fallen lässt im Spiel aufbaut. Das würde dann Moukoko eher nicht zu tun. Heißt insgesamt fehlt da beim BVB vielleicht eine richtigen Rolle. Und da geht es jetzt auch für Marco Reus dann darum, diese Rolle zu finden. Wie die auch immer dann aussehen mag, ist ja auch vorstellbar, wenn es mal dazu kommen könnte, mit Tannenbaum-System. Zwei hängende Spitzen, zwei Halbspieler hinter Hornern oder auch hinter einer anderen Spitze. Und schon hätte man da eventuell eine Rolle für Moukoko, die er dann ausfüllen könnte. Ja, deshalb aber einen eindeutigen Erklärungsansatz habe ich ja auch nicht. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von osch.d. Wann ist endlich dein erster Auftritt bei Sport1? Uh, jetzt werden hier die ganz interessanten Fragen gestellt. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob es den jemals geben wird. Ohne jetzt hier lange aus dem Niedkästchen plaudern zu wollen, was den Sportjournalismus betrifft. Aber ich sag mal, das ist nicht so einfach, wenn es um solche Dinge geht wie Sport1 oder Sky oder auch die ganzen anderen. Und das weiß ich auch von Leuten, die dort tätig sind. Nicht unbedingt jetzt bei den Privatsändern, aber auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ja auch ein großes Sportprogramm haben. Es ist eben nicht so einfach, da den Einstieg, wenn man das gerne möchte, den Einstieg da zu finden. Deshalb bin ich mir da nicht so sicher, ob es dazu jemals kommen wird. Es geht da mehr um Netzwerk und Kontakte als um alles andere. Ähm, deshalb, äh, werden wir sehen, ob es mal dazu kommen sollte, kommen könnte. Ähm, ob Sport1 oder was anderes. Aber, äh, da werde ich jetzt erstmal nicht drauf wetten. Nächste Frage kommt von nochmal Stefan T. Ah ja, die passt sehr gut dazu. Glaubt Lothar wirklich, er hätte Chancen beim BDFB? Also, einerseits fragt ihr, ob ich bei Sport1 mal auftrete. Andererseits dann solche politisch aufgeladenen Fragen. Also, ihr wollt mir ja auch quasi, äh, hier so das Bein stellen. Ähm, weil natürlich Lothar einer ist, der sehr medienpräsent ist, sehr medial auch aktiv. Äh, glaubt er wirklich, er hätte Chancen? Lothar Matthäus, Rekord-Nationalspieler. Legende der WM 1990, gerade 60 geworden. Ich weiß, viele von euch sind zwischen, ähm, YouTube-Analytics sei Dank, äh, zwischen 18 und 30. Okay. Wir sind eine andere Generation. Ist mir vollkommen klar. Aber man darf nicht vergessen, dass für die Generation der 45-Jährigen, 50-Jährigen, Lothar Matthäus eine absolute Legende, ja. Und das bekommt er auch immer wieder zu hören. Und deshalb ist er auch so medial präsent. Er war der Star, was vielleicht nicht unbedingt historisch betrachtet, aber was zu der Zeit in den 80ern, Anfang der 90er, was Maradona in Argentinien war, war Matthäus auf seine Art in Deutschland. Vielleicht nicht ganz so extrem, ähm, Argentinien ist da eine andere Fußballkultur auch, aber trotzdem, Matthäus war der Fußballer in Deutschland. Ähm, und natürlich hat er gute Kontakte zum DFB. Natürlich ist es für jene, jene Leute, die vielleicht Matthäus nicht als Fußballer kennen, ähm, sondern vor allem als, ähm, Person des öffentlichen Lebens etwas komisch zu sagen, ja, Matthäus, Matthäus, der. Ja, ja, Matthäus hat als Fußballer sehr viel erreicht, als Trainer weniger, ähm, ich meine, ich persönlich bin, meine erste Erinnerung an Lothar Matthäus war, äh, eventuell Champions League Finale 1999, als er ausgewechselt wurde, oder dann auch dieses Drama dann mit ihm, 2000, Abgang nach, äh, in USA dann, EM 2000 und so, also das war, das war natürlich nicht der Matthäus, den viele kannten von der WM 1990, der, der Star, Sechser, Libero, ähm, also, äh, äh, traut er sich das wirklich zu? Natürlich traut er sich das zu, es ist Lothar Matthäus, der traut sich alles zu. Äh, könnte er die Position gut ausfüllen? Ich sage, es gibt andere, die können die besser. Das ist die politisch korrekte Antwort. So sagen jemanden wie Ralf Rangnick, den ich ja ganz zu Beginn des Videos auch erwähnt hatte, oder den ich diskutiert habe, könnte das besser. Matthäus hat als Trainer einfach nicht diese Erfahrung sammeln, gesammelt oder sammeln können. Ähm, er war dann in dieser Weise vielleicht auch doch, äh, mit dem gerade erwähnten auch Maradona in gewisser Weise auch vergleichbar. Maradona hat es ja als Trainer auch nur selten geschafft, wirklich als Trainer, der Sarra, den Stempel aufzudrücken. Es gibt auch Spieler, die sind einfach als Spieler auf ihre Art und Weise genial, aber zum Trainerwesen gehört etwas anderes dazu. Und aus meiner Sicht Marco Rose, das ist in aller Munde gerade. Vergleiche den Spieler Marco Rose mit dem Trainer Marco Rose. Himmelweiter Unterschied. Trainer sein, das Trainerdasein ist was ganz anderes als das Spielerdasein. Und, ähm, und nicht jeder kann wie Franz Beckenbauer. Oder Zidane. Oder Guardiola. Es gibt diese Ausnahmen. Aber es gibt auch viele, die gerne vielleicht als, ähm, Persönlichkeit im Fußball auf andere Art und Weise tätig sein sollten. Und ich glaube, bei Matthäus hat sie seine Berufung in gewisser Weise gefunden als, ähm, Experte, als Gesicht, als, äh, jemand, der präsent ist in den Medien, in TV-Studios, äh, das aktuelle Geschehen kommentiert. Auf seine Art und Weise, wie man den Lora kennt. Äh, ich glaube, da hat er seine Position und Rolle im Fußball gefunden. Weniger jetzt auf der, ähm, Trainerbank des DFB bei der Nationalmannschaft. Nächste Frage kommt von Mli Sivy. Hat Gladbach unter Marco Rose in der vorherigen, sowie dieser Spielzeit bis zur aktuellen Krise gemessen am Spielermaterial möglicherweise einfach konstant überperformt? Und Tito Kostic fragt ebenso, wie kann eine Mannschaft wie Gladbach so abstürzen nach der Bekanntgabe des Wechsels von Marco Rose? Ja, ähm. Äh, ich glaube, die, ich glaube, es hat nichts mit der Bekanntgabe des Wechsels von Marco Rose zu tun. Die Saison ist insgesamt relativ mittelmäßig verlaufen. Es gab diese Spiele in der Champions League, die haben das etwas übertüncht, da hat man gesagt, ah, die Gladbach war da so gut, aber es gab auch in der Hinrunde Partien oder auch dann, ähm, bis zu diesem richtigen Einbruch, Ergebniseinbruch auch, gab es immer wieder Partien, da haben die Gladbacher nicht gut gespielt, da gab es vielleicht Standardsituationen oder mal ein wenig, äh, Stindel-Magie, die hat dann noch dazu geführt, dass Gladbach die Spiele gewonnen hat oder wenigstens einen Punkt mitgenommen hat. Insgesamt, Gladbach die Saison nicht so stark, das Ballbesitzspiel liegt der Mannschaft überhaupt nicht. Rose hat das auch gezeigt, äh, bisher nicht gezeigt, dass er Ballbesitz, Fußball wirklich so gut kann. Ähm, die intensive Spielweise ist ein Problem. Über längere Phasen weg, Gladbach verliert fast immer das Spiel oder gewinnt eigentlich nie das Spiel, wenn sie weniger laufen als der Gegner, das heißt also, es ist sehr auf Intensität ausgerichtet. Auch da eine Mannschaft, die nicht unbedingt das Spiel managen kann, da sind wir beim Thema, das ist dann mit dem Auf und Ab verbunden, das kommt automatisch, das ist eine Konsequenz und, ähm, ich weiß nicht, ob sie überperformt haben. Ich glaube, die letzte Saison hat schon ganz gut dargestellt, auf welchem Niveau Gladbach sein kann. Ist eher so, dass sie dieses Jahr etwas unter ihrem Niveau spielen, ähm, und das hat nicht nur mit der Personalie Marco Rose zu tun, er hat es eben da nicht geschafft, ähm, mehr oder weniger den Schalter umlegen zu können, weil er schon auch an seiner Spielweise festhält. Also das ist schon auch sichtbar, ähm, und selbst wenn er mal natürlich, das kommt hinzu, wenn er mal einen guten taktischen Ansatz hat, dann ist vielleicht die Mannschaft da nicht da, um den exakt zu umzusetzen, oder dann machen sich doch kleinere, qualitative Unterschiede zu gerade Top-Gegner bemerkbar, ähm, und ich denke da ans DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, guter taktischer Ansatz, dann machen sich andere kleine Probleme bemerkbar, in weder der Natur, und dann reicht's eben nicht, ähm, deshalb, äh, ich würde nicht sagen, dass sie überperformt haben, ich würde nicht sagen, dass jetzt, äh, Gladbach letzte Saison viel besser war, als es eigentlich die Mannschaft hätte verdient gehabt zu sein, ähm, also das ist auch eine Situation, ähm, die interessant sein wird dann für die nächste Saison, wenn dann der nächste Trainer kommt, wer auch immer das sein wird, vielleicht eventuell ein Mann aus Spanien, dann wird sich nochmal zeigen, ähm, ob die Mannschaft auch anderen Fußball spielen kann. Und wie sie dann, rein von den Ergebnissen her, rein von den Leistungen her, wie sie dann auftreten wird, dann wird sich erst abschließend zeigen, oder eine abschließende Einschätzung der Leistung von Marco Rose, ähm, auch formulieren lassen. Bis dahin war nicht so einfach und was Marco Rose auch betrifft als Trainer, die nächste Zeit, die ersten sechs Monate, die ersten acht Monate in Dortmund werden nochmal Aufschlüsse übergeben, was für ein Trainer ist und was er leisten kann, mit auch dann nochmal besserem Spielermaterial. Denn was schon auch sichtbar wurde jetzt, ähm, in dieser Saison und was ich jetzt schon mehrmals auch am Rande erwähnt habe, die Ballbesitzstrukturen sind nicht so, dass Gladbach wirklich als Mannschaft, als Kollektiv so einfach in die vorderen Zonen kommt. Wenn sie dazu gezwungen werden, viel Ballbesitz zu haben, dann sind sie recht ballsicher hinten. Dann ist aber die Einbindung der Sechser nicht immer so gegeben. Und dann ist auch gerade die Einbindung der offensiven Flügelspieler, die ja ein Schlüssel zum Erfolg sein können, nicht zu ergeben. Das sehen wir hier auch nochmal in den, in der Grafik zu den Passstrukturen, zum Passnetzwerk im Durchschnitt in dieser Saison, ähm, wo sehr auffällig ist, wie Gladbach dann es schafft, ja, hinten herum zu spielen, aber eben dann die vorderen Spieler nicht so einzubinden. Da sind wir wieder beim Thema linienbrechende Pässe, da sind wir beim Thema auch, wie baue ich Strukturen auf, damit der Ballbesitz, der ballbesitzende Spieler dann Optionen hat, nach vorn zu spielen, Raumgewinn zu erzeugen mit Pässen, das ist bei Gladbach oftmals nicht so der Fall. Sie sind stark darin, im Gegenpressing dann Ballgewinne auch zu haben und dann ins Umschaltspiel zu gehen, aber gerade gegen Topmannschaften ist es eben nicht so einfach, im Gegenpressing dann den Ball am Ende zu gewinnen. Das hat sich in der Champions League auch gezeigt. In der Gruppenphase, gegen City war man sowieso unterlegen, aber in der Gruppenphase hat sich das zum Teil auch gezeigt und unter anderem Rückspiel gegen Real Madrid. Da griff das Gegenpressing nicht. Da hat sich dann dieser Klassenunterschied auch bemerkbar gemacht und in dem Moment war Gladbach dann überfordert. Im Ballbesitz selber, auch da, die Mannschaft ist etwas anfällig und hat nicht unbedingt in die Strukturen, um dann in die vorderen Zonen per Passspiel zu kommen. Und deshalb gab es auch schon eine hinrunde Partien, in denen Gladbach nicht gut war, in denen es dann am Ende Standardsituation war oder eben wie gesagt Einzelleistungen, Stindl ist so ein Mann, die dann mit dazu beigetragen haben, dass Gladbach eben doch noch Punkte einfahren konnte. Gut, soviel dazu. Nächste Frage kommt von Emmanuel. Warum sollten wir das Kontersystem des Reading FC beobachten? Vielleicht zum Hintergrund, ich hatte auf spielverlagerung.de kurz geschrieben, dass ihr könnt Fragen zu allem stellen, sei es Nationalmannschaft, sei es die Freistoßkünste von Philipp Max oder auch das Kontersystem von Reading. Also das war jetzt nicht ganz so ernst gemeint, das war einfach nur so gemeint, ihr könnt zu allem was fragen. Und das Kontersystem von Reading war jetzt einfach so, was mir eingefallen ist, unter Veko Paunovic an sich ja nicht unerfolgreich gewesen, da auch über die tempostarken Spieler Omar Richards, der baldige Bayern-Spieler ist jemand, der damit integriert ist als Linksverteidiger. Ejaria, Aluko, Meite, also die auch über die Flügel dann kommen, in die vorderen Zonen ganz gut vorstoßen können, nach Ball gewinnen. Also das war einfach so was, was mir eingefallen ist. Das kommt über die kompakte Sechs, übrigens die Doppel-Sechs ist da recht entscheidend bei Reading, um dann auch die Offensivspieler einzusetzen, per oftmals langen zuspielen, auch auf Joao, der dann die Ablagen spielt, Semedo spielt teilweise, wenn er mal auf dem Rasen ist, spielt er eine ganz gute Rolle im Zentralmittelfeld. Also das habe ich gesagt, Kontersystem vom FC Reading, die sind nicht nur vom Reading FC, die sind da ganz gut im Kontern, aber das war einfach nur ein Beispiel, der mich darauf hinweisen wollte, dass man alles fragen kann, mehr oder weniger alles. Genau, ansonsten wer Championship schaut, der weiß jetzt genau, über was ich gesprochen habe, wenn es zum Reading geht, der hat einen ganz guten Saisonstart auch, ich glaube sieben Siege in acht Spielen, dann gab es viele Niederlagen, Paunovic wurde dann angezählt, weil sie dann nicht mehr so kompakt standen, viele Gegentore kassiert haben, also ihr Spiel basiert ja auf defensiver Kompaktheit, eng zu stehen mit den Viererketten und dann eben nach Ball gewinnen direkt lange Bälle, meistens auf Joao zu spielen und dann eben auch die schnellen Flügelkräfte mit einzubinden, Michaeliolis, Ejaria und so weiter. Das war einfach nur so etwas, was ich in dem Moment als Beispiel genannt habe. Kommen wir zur nächsten Frage. Von FXK. Steigt der 1. FC Kaisers-Lautern ab? Und genau da sind wir wieder bei solchen Fragen, wenn wir bei einem Thema sind, ihr könnt alles fragen. 1. FC Kaisers-Lautern, ja, steht auf einem Abstiegsrang, jetzt die Niederlage gegen Magdeburg, war ja auch so ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel. Für Lautern sieht es schlecht aus, was ein Wert macht, ist gar nicht so schlecht aus meiner Sicht, aber auch da eine Mannschaft, die teilweise gefällig nach vorn spielen kann, teilweise auch großes Pech hat im Abschluss. Ja, also da gab es Spiele Redondo, so einer, der hat dann Chancen vergeigt oder einfach liegen lassen oder wie auch immer da wurden. Das hat sich dann in einigen Spielen doch gerecht. Ich würde sagen, an sich der neue Trainer macht es nicht so schlecht. Ob es dann am Ende reicht, weiß ich nicht. Es ist recht eng unten drin. Es kann sehr gut sein, dass Lautern runtergeht, was natürlich eine Katastrophe wäre für den Verein. Ich würde aber eben, wie gesagt, jetzt den handelnden Personen, also den neuen Trainer, jetzt nicht unbedingt den Vorwurf machen. Ich glaube, dass doch in einigen Partien schon sich angedeutet hat, dass die Mannschaft rein vom Spielerrechten her nicht so schlecht ist. Aber das reicht eben manchmal nicht dann, gerade wenn man dann schon unten drin steht und dann hier mal eine Partie abschenkt, dann ist das doppelt bitter. Also auch gerade auch Chancenverwertung ist ein großes Problem. Und im Übrigen auch Expected Goals gibt es auch zur dritten Liga. Und wenn ich da mal reinschaue, was die XG Underperformance betrifft, also wo das Missverhältnis zwischen Expected Goals und den real erzielten Toren sehr hoch ist und eben zu Ungunsten der Mannschaft ausfällt, dann ist eben eine Mannschaft wie Kaiserslautern da mit dabei, zusammen mit auch Lübeck und Haring, die alle drei unten drin stehen. Ingolstadt allerdings ganz vorn mit dabei. Also es sind eben nicht nur Abstiegskandidaten dann. Heißt, da zeigt sich auch nochmal dieses Abschlusspech, was man hat. Auf der anderen Seite, man ist eine Mannschaft, die auch nach vorn spielen kann. Mit, glaube ich, rund 36 Pässen im letzten Drittel, ist man unter den besseren Mannschaften der Liga, zumindest unter den ersten neun der Liga. Heißt also, auch im Offensivspiel, im Ballbesitzspiel ist Lautern ambitioniert und zeigt einiges. Aber das reicht eben nicht. Man steht trotzdem unten drin und es kann am Ende dazu wirklich sein, dass Lautern absteigt. Wie gesagt, eine Katastrophe für den Traditionsverein dann aus der Pfalz. So kommen wir zur letzten Frage. Und die kommt von Brake. Ist Fußball ohne Kopfballspiel überhaupt denkbar? Kurzfristig auf keinen Fall. Das ist eine hochinteressante Frage. Kurzfristig glaube ich nicht, dass Fußballspiel ohne Kopfballspiel denkbar wäre. Einfach so, man müsste ja alle umtrainieren. Alle Spieler, die das Fußballspielen gelernt haben, nicht nur auf dem Elite-Level, aber gerade auch da, müssten dann damit zurechtkommen, dass sie nicht mehr den Kopf einsetzen können. Man muss sich das so vorstellen, die meisten, die Auto fahren, geben Gas und bremsen mit rechts. Jetzt probiert es mal aus. Am besten vielleicht auf einem stillgelegten Parkplatz oder sowas. Und bremst mal mit links. Manche können es vielleicht, aber viele können es nicht. Und genauso wäre es dann ein bisschen beim Fußball. Heißt also, ich muss plötzlich lernen, das Spiel anders zu spielen. Hohe Bälle werden ja auch so gespielt, nicht, dass unbedingt jemand mit dem Kopf rankommt. Aber es gibt auch mal die Option, dass jemand mit dem Kopf rankommt. Und dass man den Ball auch mit dem Kopf spielen kann. Wenn das wegfällt, würde sich das ganze Spiel ändern. Also man müsste, wenn man das wirklich möchte, müsste man jetzt anfangen, bei den U9, U10-Spielern das einzuführen und dann aber auch durchzuziehen, dass diese Generation der U9, U10-Spieler dann nach und nach dann damit aufwachsen und eben nicht mehr den Kopf einsetzen. Und dann würde es jetzt irgendwann etablieren. Aber das würde aus meiner Sicht Jahrzehnte dauern. Weil ansonsten würde sich das Spiel auf so eine drastische Art und Weise ändern. Es würde so viel Slapstick geben mit einem Schlag, dass auch der Sport in gewisser Weise eine Seriosität verlieren würde. Auf der anderen Seite, es geht natürlich um Kopfverletzungen. Es geht auch um langfristige Folgen fürs Gehirn. Deshalb auch da geht es um Seriosität. Aber es geht ja natürlich auch dann darum, wie sich der Fußball verändert. Und er würde sich zu stark aus meiner Sicht verändern. Weil hohes Spiel, hohe Bälle, wo der Kopf nun mal auch eine Rolle spielt, dann häufig zum Fußball auf alle Fälle mit dazugehören. Und das würde komplett wegfallen. Und es würde aus meiner Sicht, wie gesagt, Jahrzehnte dauern, bis man wirklich die ganze Struktur des Spiels ändern könnte. Und deshalb sage ich, dass kurzfristig wäre das auf keinen Fall machbar. Längerfristig vielleicht schon. Aber das wäre ein doch auch langer und etwas beschwerlicher Entwicklungsprozess, wenn man jetzt nicht übers Knie brechen möchte, um dann auch für zu viel Kontroverse schon fast zu sorgen und für zu viel, auch gewissermaßen Slapstick. Weil ich glaube, das würde dann auch schon eine Rolle spielen im Fußball. Wichtig wäre vielleicht, dass man versucht, dass Cockballspiel gerade in unteren Ligen, im Amateurbereich, wo es ja auch nicht ums Geldverdienen geht, auch schon etwas stärker dann eventuell unterbindet. Vielleicht auch im Jugendbereich könnte man es ja eher unterbinden, also bei denen, die auch das Spiel erst lernen. Und dann, wenn man es eben lernt, kann man es auf eine andere Art und Weise lernen. Das wäre schon möglich, aber in gewisser Weise auch wie in anderen Sportarten, wo einfach Körperkontakt in den Jugendklassen nicht so vorhanden ist, wo es teilweise untersagt wird. Genauso könnte man das dann beim Fußball machen. Aber ganz oben ist es schwierig, weil wir haben eine, wir haben viele Generationen von Profispielern und auch Topspielern im Amateurbereich, die sind damit aufgewachsen, dass man den Kopf einsetzen kann. Also deshalb ein längerfristiger Prozess aus meiner Sicht. Das war die letzte Frage. Vielen Dank für die vielen Einsendungen. Das war der erste Teil, der zweite Teil kommt dann bald mit den restlichen Fragen. Also für alle, die die Fragen gestellt haben, keine Sorge, wenn ich die jetzt noch nicht beantwortet habe, die wird auf alle Fälle und die werden auf alle Fälle noch beantwortet. Ansonsten zu den Sachen, die jetzt diskutiert wurden, schreibt gerne eure Meinung in den Kommentarbereich. Gerne liked das Video, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan haben solltet. Das ist auch immer wichtig, um auch natürlich diesen Kanal noch weiter voranzutreiben. Und sollte euch dieses Video gefallen haben, sollten euch diese Videos gefallen, solltet euch sagen, da will ich mir mehr ansehen, dann kann ich nur darauf verweisen. Es gibt noch viele, viele andere Videos. Also schaut gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.